Lassen Sie uns kurz darüber sprechen, aus welchen klassischen oder traditionellen Organisationsformen Managerinnen und Manager wählen können, wenn Sie sich für ein bestimmtes Organisationsdesign entscheiden. Innerhalb des traditionellen Organisationsdesigns können wir eigentlich drei unterschiedliche Strukturoptionen unterscheiden. Die einfache, die funktionale oder die divisionale bzw. abteilungsbezogene Struktur. All diese drei Organisationsformen sind Varianten, wenn man sich für die Entwicklung eines eher mechanistisch orientierten Organisationsdesigns entscheidet. Die Abbildung zeigt rein schematisch die Unterschiede zwischen einfacher, funktionaler und divisionaler Struktur. Sie sehen, je weiter man sich von links nach rechts bewegt, desto komplexer werden die, wie es geht. Schauen wir auf die einfache Struktur. Das ist eine Strukturform, die Unternehmen wählen, die sich beispielsweise in den Anfängen befinden, dann wenn eben eine kleine Struktur noch gut funktioniert. Sie ist gekennzeichnet durch eine geringe Abteilungsgliederung, einen großen Kontrollbereich zentraler Autorität, die dann meist bei einer einzelnen Person gebündelt ist. Diese Strukturform ist besonders schnell. Man kann sehr flexibel auf die Bedingungen reagieren und natürlich ist sie auch kostengünstig, da gar nicht viele Verwaltungsstufen notwendig sind, um diese Organisationsform tatsächlich umzusetzen. Sobald jedoch die Organisation wächst und mehr Richtlinien, mehr Spielregeln braucht, dann ist die sehr starke Zentralisierung und die Bündelung der Informationen und Entscheidungen auf eine einzelne Person ein Nachteil. Hier kommt es oftmals zu einer Art Informationsüberlastung an der Spitze. Denn mit zunehmender Größe wird dann in diesen Strukturen die Entscheidungsfindung langsamer und führt schließlich auch zum Stillstand. Dann, wenn nämlich eine einzelne Führungskraft versucht, alle Entscheidungen weiterhin zu treffen, obwohl die Komplexität zunimmt und die Informationen immer mehr werden. Wenn dann die Struktur nicht geändert wird und das Unternehmen weiterhin an Größe gewinnt, so kann das durchaus negative Folgen für das Unternehmen haben. Denn alles hängt letztendlich von einer einzelnen Person ab. Nehmen Sie nur an, dem Geschäftsführer stößt etwas zu, so ist das Informations- und Entscheidungszentrum des Unternehmens im Prinzip verloren. Und schon kommen wir auf das nächste Prinzip der Organisationsentwicklung zu sprechen, das der funktionalen Struktur. Denn wenn mehr Mitarbeiter hinzukommen, bleiben die meist kleinen Unternehmen nicht bei einfachen Strukturen, sondern sie beginnen sich zu spezialisieren. Es werden immer mehr Regeln, immer mehr Vorschriften eingeführt. Es gibt weitere Abteilungen, die geschaffen werden und es kommt eben zunehmend zu mehr Bürokratie. In diesem Fall entwickeln Unternehmen eine funktionale Struktur, die ähnliche oder verwandte berufliche Fachgebiete in Abteilungen zusammenfasst. Sie ist wohl die bekannteste und häufigste hierarchische Struktur, die wir bei sehr vielen Unternehmen vorfinden. Bei dieser Struktur sind die Arten der Tätigkeiten eben nach Abteilungen gegliedert. Das können Marketingabteilungen, Finanzabteilungen, Vertriebsabteilungen, Produktionsabteilungen und so weiter sein. Und meist werden diese von einer einzigen Führungskraft geleitet, die dann im Prinzip auch die fachliche Hoheit hat. Alle Führungskräfte berichten dann an einen Geschäftsführer oder an den Vorstand eines Unternehmens. Der Vorteil ist, dass natürlich diejenigen, die im Marketing sind, mit anderen Marketingfachleuten kooperieren, zusammenarbeiten und sich austauschen. Hier liegt also der Hauptvorteil in der Fähigkeit der Organisation, die Arbeit entsprechend der funktionalen Aufgaben besser aufzuteilen und eben Mitarbeitende auf Spezialgebiete zu konzentrieren. Dies kann natürlich sehr effizient sein. Stellen Sie sich nur vor, man hat ein zentralisiertes Marketingbudget und würde alle Druckaufträge aus allen Marketingbereichen bündeln, sodass man nur mit einem einzigen Dienstleister zusammenarbeitet. Das ist der große Vorteil der funktionalen Struktur, denn es wird Doppelarbeit zwischen den gleichen oder ähnlichen Abteilungen meistens vermieden. Dies gelingt besonders gut in kleineren Unternehmensstrukturen mit weniger Spezialisierungen, mit weniger Produktlinien und die vor allem einen langen Lebenszyklus haben. Aber es gibt natürlich auch Nachteile dieser funktionalen Struktur, denn einer der wichtigsten Nachteile ist der, dass jede Abteilung sich nur auf ihre eigenen Aufgaben konzentriert. Diese Verfolgung funktionaler Ziele aber hemmt natürlich innerhalb der Organisation den abteilungsübergreifenden Austausch von Informationen und die Koordination. Das ist bekannt und man weiß, je stärker dann die Organisation wächst und differenziert beispielsweise in neue Märkte geht, in neue Regionen, desto schwieriger wird es, diese Funktionen miteinander zu harmonisieren oder Informationen auf den Management-Ebenen miteinander zu koordinieren. Das heißt, wir wissen, wenn die Organisation komplexer wird, mehrere Produkte, mehrere Dienstleistungen, mehrere Märkte umfasst, können eben die Anforderungen an die funktionale Struktur, die Kapazität des Systems zur Bewältigung der erforderlichen Entscheidungen und Informationen übersteigen. Aus diesem Grund sagen auch viele Forschende oder Beobachter aus der Praxis, dass die einstmals vorherrschende funktionale Struktur, die sehr viele Unternehmen für sich nutzen, eben aufgrund der hohen Dynamik und Komplexität in der Unternehmensumwelt nicht mehr zeitgemäß ist und dass Unternehmen mit funktionalen Strukturen mit der Geschwindigkeit und dem schnellen Wechsel in den Präferenzen der Konsumenten oder in den Präferenzen der Produkte eben nicht mehr mitkommen. Das kann nun dazu führen, dass Unternehmen sich dafür entscheiden, wenn sie beispielsweise in neue Märkte expandieren, sich eine neue Struktur geben. Und dabei sprechen wir über die sogenannte divisionale Struktur. Die divisionale Organisationsstruktur besteht aus separaten Geschäftseinheiten. Ein Unternehmen wird also in eigene kleine Unternehmen zergliedert, die jeweils wie eine eigene Abteilung funktionieren, aber natürlich eine eigene Autonomie besitzen. Oftmals werden sie geleitet über einen Leiter dieser Division, der oder die die volle Verantwortung für ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Markt oder eine Technologie hat. Dies entlastet dann natürlich auch die Mitarbeitenden, die oben in der Zentrale, also an der Spitze des Unternehmens sitzen, denn diese brauchen sich nicht mehr um die täglichen betrieblichen Details zu kümmern. Das übernehmen dann die Geschäftseinheiten. Die Mitarbeitenden in der Spitze des Unternehmens, im sogenannten Headquarter, konzentrieren sich dann auf die langfristige Planung. Machen wir ein Beispiel. Eine Bank oder ein Finanzdienstleister könnte sich für eine divisionale Struktur entscheiden, dann wenn beispielsweise das Unternehmen nach Produktlinien gegliedert wird. Es könnte jetzt eine Produktlinie geben für Autokredite, für Hypothekendarlehen, für Altersvorsorge oder für Bankgeschäfte. Und all diese Ausprägungen von Produkten bekommen dann eigene Geschäftseinheiten mit einer ganz eigenen Struktur. Es könnte dann also so sein, dass jede dieser Geschäftseinheiten die gleichen Mitarbeiter beschäftigt. Beispielsweise Kredit-Sachbearbeiter, Finanzbearbeiter, Informationstechnologie oder Marketing. In der Muttergesellschaft, also dem Headquarter, sitzen diejenigen Mitarbeiter, die all diese Aktivitäten in den Einheiten koordinieren oder kontrollieren. Die Muttergesellschaft ist also eine Art externe Aufsichtsbehörde, die sich nicht in die operativen Geschäfte einmischt, aber beispielsweise diese Kontrollfunktion ausübt oder auch unterstützende Dienstleistungen für diese Geschäftseinheiten anbietet. Das könnten beispielsweise Finanz- oder Rechtsberatung sein. Ein ganz klarer Vorteil dieser divisionalen Struktur liegt auf der Fokussierung dieser Bereiche. Denn die Bereiche sind natürlich Spezialisten in ihren eigenen Märkten und kennen die Bedürfnisse eines Marktes, eines Produktes, eines Kundensegmentes sehr, sehr gut. Nehmen wir nur das Beispiel einer geografischen Version der divisionalen Struktur. Hier werden also Einheiten aufgebaut, regionale Einheiten, die möglichst physisch am Ort des Kunden und des Geschehens sind. Das bietet natürlich den Vorteil einer sehr hohen lokalen Anpassung an die Bedürfnisse und natürlich wird hier die Kenntnis der Region in einer Einheit gebündelt. Allerdings, und auch dies muss gesagt werden, gibt es auch Nachteile dieser divisionalen Struktur. Denn oftmals kommt es natürlich zu Doppelarbeiten zwischen den Geschäftseinheiten, da immer wieder Abteilungen oder Bereiche repliziert werden. Es gibt also Geschäftseinheiten, in denen immer wieder Marketing, Informationstechnologie oder ähnliche Abteilungen aufgebaut werden. Dies sind natürlich unnötige Kosten innerhalb eines Unternehmens, da alles doppelt, dreifach oder vierfach betrieben werden muss. Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Bereiche selten voneinander lernen und möglicherweise das Wissen oder die Information nicht effektiv ausgetauscht werden. Es kann also vorkommen, dass wenn Kunden eines Unternehmens mit verschiedenen Geschäftsbereichen Geschäfte machen, diese einzelnen Geschäftsbereiche die Information zum Kunden nicht miteinander teilen. Das ist natürlich aus Kundenperspektive absolut frustrierend, wenn man es beispielsweise mit unterschiedlichen Richtlinien, Preisen oder Prozessen zu tun bekommt. Und diese Duplizierung der Funktionen erhöht natürlich aus einer Gesamtunternehmenssicht die Kosten des Unternehmens und führt letztendlich zu einer verringerten Effizienz. Fassen wir nochmal zusammen, zu den traditionellen Organisationsformen gehören die einfache, die funktionale und die divisionale Strukturformen. Während die einfache Struktur eine Struktur eben mit sehr geringer Abteilungsgliederung, mit weiten Kontrollbereichen und zentraler Autorität bei einer Person ist, bietet die funktionale Struktur schon eine stärkere Spitze der Bündelung von Funktionen nach entsprechenden beruflichen Fachgebieten wie dem Marketing, Vertrieb oder Finanzierung. Wenn wir eine noch stärkere Differenzierung verfolgen, dann entscheiden sich Unternehmen meist für eine divisionale Struktur. Hier werden die Verantwortungen in einzelne Geschäftsbereiche gelegt. Diese Geschäftsbereiche haben meist eine eigene Leitungsfunktion, die weitestgehend unabhängig von einem Headquarter oder von einer Muttergesellschaft agieren kann und autonom am Markt unterwegs ist.